Warum hast du mich erschaffen, wo du mich doch alleine lässt? Warum schenktest du mir die Qual der Lust, die ich ja doch nicht befriedigen kann? Warum zwängtest du mich aus dem Paradies des Mutterleibes, voller Angst und Schmerz? Und du nennst es eine Sünde, wenn ich versuche, dorthin zurückzugelangen. Wie sehr, dass ich mich abwende? Ich stelle mich gegen die Gesetze derjenigen, die sich deine Priester nennen. Wie sehr, dass ich leben werde? So viele Fragen. Nie eine Antwort. Oder so viele Antworten und nie eine Frage. Vielleicht ist die Welt voller Antworten. Nur wir nicht in der Lage, sie zu verstehen.